So, mich schreiben jetzt natürlich lauter Menschen an und gehen gegen mich vor und erzählen mir, dass Demonstration doch der richtige Weg ist. Aber wenn ihr genau darüber nachdenkt, dann werdet ihr realisieren, dass das Einzige, was mit Demonstrationen erreicht wird, die Verbindung untereinander ist. Das ist das Wesentliche. Nur, dafür braucht es keine Demonstration. Wir brauchen dafür kein drittes Objekt, kein drittes Szenario. Wir können uns auch direkt treffen. Und solange die Menschen Demonstrationen brauchen, um sich zu treffen und auszutauschen und zu verbinden, solange wird hier nichts vorangehen und sich verändern. Das ist ja genau der Punkt. Zu lernen, dass wir uns direkt verbinden können. Das ist das, was wir zu lernen haben. Und alle Hilfsmittel dazu, ja, okay, aber das Prinzip muss verstanden werden. Sonst suchen wir immer wieder dritte Objekte, dritte Personen, dritte Figuren, die uns anleiten. Weil, wenn wir gemeinsam einem der tollen Sprecher auf einer Demo zuhören, dann ist vom Bindungsaspekt her nicht viel Unterschied zu der Tatsache, dass die meisten einfach abends vor der Tagesschau sitzen. Das ist auf der Bindungsebene fast das Gleiche, weil ein drittes Objekt eingeführt wird. Die Verbindung läuft über ein drittes Objekt, egal ob das gute oder schlechte Absichten hat. Das Prinzip ist das gleiche. Und deswegen, solange die Menschen das brauchen, wird es keine grundlegende Veränderung geben. Die grundlegende Veränderung findet dann statt oder ist das. Wir kapieren, wir können direkt uns austauschen, uns gegenseitig helfen und wir brauchen weder ein drittes Objekt als Bedrohung, wo wir unsere Aggressionen und Ängste projizieren können, noch brauchen wir dritte Objekte, die uns bei der Verbindung helfen. Und all das ist das gleiche Prinzip in allen möglichen Aspekten, auch mit dem Geld. Wir brauchen kein Geldsystem. Warum? Weil wir nichts als Zwischeninstanz brauchen für den Energiefluss zwischen uns. Und gemeinsam Menschen zuhören auf der Bühne, Zwischeninstanzen in Form von Zahlungsmitteln. Das ist alles dasselbe. Und wir müssen mit diesem Unsinn aufhören, weil wir das nicht brauchen, weil das das Leben verzerrt, bremst und uns nicht in die Kraft bringt. Also bitte, wenn ihr aktiv werden wollt, trefft euch direkt, verbindet euch direkt. Ihr braucht keine Demos. Und wenn ihr auf die Demo geht, okay, ich habe nichts dagegen, nur müsst ihr dann eben damit rechnen, dass ihr von dem System einfach eine destruktive Defensivreaktion erleben werdet. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020